Dann knallen wir so ein bisschen nieder Im mittleren Gang sind gerade eine ganze Liga... Ah ja, es ist zu laufen durchs Wasser Guck mal Ja, die gehen saufen Ich glaube nicht, dass wir uns hier hinstellen müssen soweit Ich weiß, es ist da hinten eine Alpha-Wand Ah, so hab ich es schon verstanden Ach so, das ganz hinten, ja, ich meinte das hinten links Diese Seitentor links, das ist nicht Schleber Ja, aber auch So, wir kriegen das Trigger schlossen Die können durchs Wasser hinten rein, Achtung Panda, zieh von hier aus auf die Tür Im Wunder, dass die nicht alle abgesucht sind Gib den Einen wunderschönen guten Abend Ja Ich bin doch noch rechtzeitig Kommt schon Jungs, kommt schon Ich geh zum Haus Ich geh zum Haus So sparen, Panda Schön, Epic Schön, gehst du Jawohl, 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 letzter Wir haben Andi sechs Mann im Haus Selbst wenn hier jemand reinkommt, durchkommt er nicht Pass Pass Safe Ab nach vorne Hatte jemand ein Auge währenddessen auf die weitere linke Flanke? Ob nochmal in der Linie das versucht? Das ist ja nicht Äh, da kommen Jäger links Aber die gehen in den Graben Linie direkt an der Mauer Äh, direkt am Graben Graben Ich bin da gewesen, wenn ich den anderen auch gekriegt hab Boah, ich wollte nicht gerade schießen, Justus Es ist schwer hier brechen rein zu ziehen, ist relativ schlecht einsehbar Hat ne Artillerist gerade sehr schlechtes Schussfeld irgendeiner? Ach boah, ne das macht keinen Sinn Links schießen sie gerade eine Wird nicht mehr lange dauern Okay Links vorm Hauptsauer Soll ich dich in der Überstellung vorbereiten? Äh, ja, okay Da versucht jemand rein zu springen, ne? Vorsicht Ja, geht nur nicht Ich mach mal, was sie in der Mauer verteidigen können, damit wasche ist Gut Alter, wie viele Jäger haben die denn? Welche Anheit? Oh, äh, Grenzer Gut Auffassend, dass du da wirklich die Muskete nimmst? Ja Unser Artillerist Links ist tot Rösche Nein, im Klankenfall, Frenchy Roku und die Kanone rechts neben dir ist frei Der Kerl ist geschossen worden Link, linke Mauer Also linker Teil der vorderen Mauer, ne? Ja, das schafft es aber so wie die Gibt es eine bestimmte Position, wo wir hin sollen? Linke Seite der Mauer Gut Achtung, Balin, da nähern sich von dir jetzt bestimmt gleich links Welche vom Graben aus Lass mich das erregeln Lebt der Kerl noch? Jetzt nicht mehr Gut, Epic, los, 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 los Erdwalde bin man, wenn möglich Ich bin unterwegs Versuch mal hier im Plankenwald hinzusetzen oder sowas Bei der Mauer Ne, hier Direkt vorne in der Bresche Wie sieht es eigentlich rechts des Tores aus und da schon brechen? Guck mal nach Nö, kein Plan, über den Platz Ich guck mal Äh, PY hält mit, oder wer auch immer das ist, hält mit seinen Jägern das rechte Tores Sieht noch gut aus, noch sehe ich hier keine Brecher Wenn der Nächste über meine Kanone springt und mein Ladevorgang abbricht, dann gläufe ich ihn an Rechts ist noch alles unter Kontrolle, aber eine Mauer ist da auch schon recht weit runter geschossen Hm Na Wir sind jetzt durch Direkt links vom Tor Komm her, mach die Bresche zu Na Jungs, 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 Jungs Mensch, ich brauch dich hier auch Ok, ich komm Direkt neben Tor Oh Mann Gut Und jetzt hier jetzt mal können wir drehen, damit ich Arbeiten dran Gib Gas, mach zu Ruckum, pass auf, die kann ich sehen Ja, schöner etwa Vielleicht die geht hinten lang Haben wir jemanden hinten, der das im Auge behalten kann? Sonst mach ich das jetzt Nein, nein, bleib du ruhig vorne Okay Nein, die kommen nochmal zur Mauer Die haben nur angetäuscht Sind sie links? Jede Ansturm Ist keiner hinten Pass auf, was du machst, Frenchy, dort vorne bist du Sagt mir, wenn sie hinter mir sind Ja Den Schuss hab ich ehrlich gesagt nicht kommen sehen Der Kampfer reicht's Ah, so Geht schon, ich hab nach 5 lives Kann jemand in den Schaufen holen, damit er nach wieder aufkramen kann Nicht alle nach vorne laufen, nur Fanda Fanda hast du's? Schön Denkt dran euch auch Munition zu schnappen bei Gelegenheit Ja, warum immer ich Aua Der Rücken wurde nicht geschützt Die bleiben sich überall rum, aber nicht da, wo sie sollten Auf geht, Kameraden Ist eigentlich dieser vordere Teil auch schon, also auch noch die Festung? Ja Ja Ich bin mal hier hinten ins Gebäude, ins Fenster Sind da zwei Fenster? Äh, sind sogar drei Ja, ja Ah, dann komm ich mal mit Du kannst dich sogar auf das Haus draufsetzen, ne? Ja, oben vom Haus aus, ne? Sehr wahrscheinlich doch effektiver, Karos Ja, okay Ja, stimmt Der Winkel ist ein bisschen blöd, weil man sich immer aufs Bett setzen muss Und dann hat man Leicht verzogene Sicht Hurra! Oh Ja, ich siehs auch grad Tat, ich hab schon gehört, dass wir jetzt kill gewinnen Häh, ha Na jetzt haben wir unten eigentlich zu wenig Ich spüre mich wieder unten hinzu Du kannst von oben aus runter springen Du kannst von oben aus runter springen Ohne Damage zu kriegen Alles Ränder Gott schütze den Kaiser gibt es doch eine presche hallo epic ich habe mich hier vorne aufgemischt kommen jetzt übrigens noch eine linie wir haben rechts eine breche die noch zugebaut werden müsste obwohl hier ist ein sepper alles gut und evo ist hier evo ist auch hier halt ein paar leute und ist tot ja in empfüllung der pflichten geschoben gut achtung jetzt kommt die große linie hast du gesehen daniel hat ins gesicht gekriegt hast du gesehen daniel hat ins gesicht gekriegt wer ist das einer von 65 oder von 59 nach von dem regiment hat achtung auf der mauer auf der lauer der ist ein kleiner warum ich will noch eine neue große linie rückt aus zwei linien um genau zu sein eine orientiert sich rechts ist da vorne ja du bist ganz knapp einer kanonkugel vorbeigelaufen ich weiß ich habe ganz knapp daneben nachgeladen also so fett bin ich jetzt auch wieder nicht ja 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 der auf einer hülle wo muss von der seite schlagen ne hier muss man nicht man muss einfach nur treffen ok die linie die nach ganz rechts und das sehe ich gerade nicht mehr wo sind die und kram in unsere richtung direkt an der mauer entlang weißt du dass ich gerade im jäger konkurrenz gemacht hat im fernkampf warte bei ihnen hier kommt direkt 17 einfach nach vorne gehen habe ich gerade eben auch gemacht wie sieht es bei euch auf links aus links 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 ist da und nur noch rechts wir haben eine große linie über die mitte rechts eine große linie an ist auf der jäger kommt jetzt rechts ist eine linie die sich jetzt noch weiter nach rechts orientiert keine ahnung was die da machen gegner ja evo pass auf ich bin nicht in den sanitätskorps gegangen damit ich erschossen werde oh nein wer geht denn in die armee und droht erschossen zu werden das ist ja schlimm danke du wirst gar nicht glauben wer mich so low gemacht hat war den nein unser sepper mit seiner schaufel irgend einer mit dem franzosen banner nein irgendwas achte general irgendwas meinst du die können darüber oder ist da nicht eine alpharant alpharant bleib doch stehen wenn ich dich heilen will hier leben noch zwei konzenten entschließen den beiden da kommt eine neue linie links von dir wer war denn hier die kompetenzpersonen ok der sepper hat keine baupunkte mehr bei allem von jenten aus kannst du gut auf sie schießen die sind alle direkt vor der mauer ich hoffe dass er hinten hin zu gehen ja im gegensatz zu mir triffst du was die strackrad aus und warte bis sie mir ins ziel laufen vorteil von der mauer gut der medic geht nochmal weg habe ich schon gedacht der medic will zu mir b morgens toll kaum nehme ich keine kugel mehr kommt keine linie zu mir Oh oh Runter gefallen Kein Problem, irgendwo gibt es immer einen Ausweg Boah, links sind ein paar Fallne Marlin, da kommen rechts zwei neue Linien Google war knapp Jumbled Noch bist du drin Fuck, ist das hier ne Bresch Achtung Karas Danke Äh Ich lauf irgendwie super weit oben Oh man Versteigen ihre Angriffe auf der rechten Flanke Hierher kommen langsam durch Links Rechts haben wir sind noch einmal zurückgeschlagen vor der Mauer PY und ich Hallo, die Frontkanone habe ich mittlerweile bis auf die Treppen durchgeschossen Nächste Linie rückt über rechts vor Das Zweite Linie orientiert sich nach rechts, die ist aber noch hinter der Artie Dritte geht über Mitte Ja Ich gehe mal in den vordersten Ring um zu sterben, danach holt ich meine Infanterieeinheit Tschüss Ryan Ego wir schaffen das Äh Ich bin der König der Welt Was los Was los ihr Ficker Ey Was zum Ich bin der König der Flanke Ich bin der Flanke Ich bin der Flanke Ich bin der Flanke Linie formieren Ich habe es nicht verstanden Ich lade erstmal in Sehnenruhe nach Lade erstmal in Sehnenruhe nach Mal mitkommen Links greifen sie nochmal an, ne? Mhm Rücken wir aus Und Ne Links von mir Links Versteht aufm Arsch Reicht das von der Länge her? Nicht ganz Oder? Doch wird passen Für Panda reicht es glaube ich nicht mehr Zumindest nicht mehr links oder? Ganz links Auf der Treppe Roku Geh kurz ein bisschen mehr nach rechts Okay Bissle weiter raus Angriff auf der anderen Angriff auf der anderen Flanke Mir nach Und lineal rechts Um So, da kommt man über die Bresche meine Freunde Haben wir bereits feuer? Pfff Das trug da nicht Flagge Balin Zur Fahne Achtung 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 Stopp Rechts man steht aufm Arsch Anlegen Keine Teamkills Da lebt nur noch einer Da kommen neue ums Haus Nachladen Freies Feuer Auf die Nachzügler Da kommen neue Nachladen Freies Feuer Auf die Nachzügler Mach mal flaggenverteidigung Ja, was anderes machen wir grad nicht Sehr schön Ich habe sie alleine gehalten Wir waren noch fünf Sekunden auf der rechte der uhr aber gut wenn man es doch 10 5 könnten wir glaube ich doch mal ein krepp nicht klingt gut ich ja dass wir fünf stück benutzt haben vorwärts war eine vorwärts ihr schafft das ich nicht aber evo weiterfährt oder ist noch bei uns sitzen wir jetzt hier und alle zeigen uns vorwärts zum angriff los ihr schafft das wir sind direkt hinter euch weitet euch glaube ich ihr feiern euch an weiter wenn ihr wollt und so kommen ohne befehl ja der bunker war uns zu stinken ja gar nicht mehr im stinkigen bunker geblieben ich sterbe lieber in der flischen druck fass mal auf das ist schon eine breche nein bloß die erste von den zwei mauren weg ich kann mich einfach hier oben hinstellen und da passiert gar nicht ich werde nicht getroffen ich habe eine schaufel mitgebracht jungs falls wir den graben tiefer machen müssen nein können wir uns den wellness pool anlegen wenn ich gleich sterbe kannst du die schaufel haben die schaufel war die in die schaufel ja wo 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 ist denn die evo sieht fast aus wie ein offizier aus der entfernung der kann unsere verstärkungslinie führer ok richtig immerhin habe ich hier vorne im garm jetzt gut was zu essen ähm und und wechselstiefel wechselstiefel ja ja mit so kleinen schrapnelllöchern der schule atmet vorwärts durch den todesgrad was kann man jetzt noch alles zerschießen ja da ist ne breche egal einfach vorlaufen bei nächster möglichkeit bitte wenden auf zur festung achtung bei denen da ist ein geschütz ach da ist ne kalor oder au au zum angriff da zählt jemand auf den sanitäter wir haben mir zuerst die eier geschossen und dann haben sie mir die hand geschossen wartet kloreiche piwa ich folge euch warum hat jemand die schaufel mitgenommen hier ist ein erdball ich hab doch die schaufel rechtsklick ne nein rechtsklick im block r r x x x genau los hau raus schade schade wird ziemlich cool geworden sammeln zu 4 kräftiger 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 ist immer so motiviert wenn er den tod marschiert Warum füllt ein Sanitäter gerade diese Linie an? Weil du aus der Distanz aussiehst wie ein Offizier, du hast einen anderen Hut als wir. Den Sanitätskopf der Österreicher. Also bist du dann der Erste der erschossen wird, das macht gerade Sanitäter sehr viel Sinn. Ja eben. Wie soll ich den Defi benutzen, wenn ich... Ich will mich erbrechen, Jungs! Tschüss, Epic, es war eine Ehre, du hast die falsche Einheit. Ich, echt? Warte, zumindest wenn ich es gerade richtig gesehen habe... Kette war kaum. Achso, dann war es das wohl ein anderer. Ja, wo kann man dann noch welche schießen? Überall, die gesamte Mauer ist eine einzige presche. Da ist noch wer. Warte, das machen wir in Berlin. Hi, Frenchy. Wir sind hier alleine. Nein, da kommt noch jemand. Nein! Es ist Shadow. Shadow. Hi, Shadow. Okay, da hat jemand für den Kaiser geschrien. Im Lochschritt vorwärtsmarsch. Ja, der nehm dich mit. Dann laufen wir den hier nach. Wow, ein Jäger, das wird uns viel helfen. Ähm. Warum bin ich so schnell und ihr so langsam? Kann er mir liegen. Warum bist du so langsam? Warum bist du so langsam und ich so schnell? Weil ich gerne Tasten drücke, die ähm... Die nicht weh sind. Ja. So ungefähr, so ungefähr. Ja. Okay, wir gehen mal ein bisschen links von denen, damit wir nicht die Kugel abkriegen. Die jetzt unten, weil gar nicht kommen wird. Oh, da kommt eine Kugel! Naja, wir nicht die Kugel abkriegen. Pssst. Ich wollte euch eigentlich gerade opfern, aber das ist egal. Haha! Ich hab epic versenkt. B8. Oh, die Kugel. Ah, die Stand wieder. C7! Schiff versenkt! Ich geh mal zu den Jägern, da reicht's. Tschüss. Okay, tschüss. Viel Spaß. Ey, da ist Evo. Ne, ich spiele. Irgendwann treff ich den Ate der Wüsten. Wow, ich bin gerade im Sprung erschossen, gut. Ja. In regulären Uniform. Ja, wir ziehen das Feuer auf die und dann, dann gehen wir weg und werden die abgeteilt. Okay. Okay. Oh, die rechte Flanke wurde überrannt. Rechts drücken wir gerade durch. Ja. Links haben wir rein theoretisch eine Breche und da sind auch nicht viele Verteidiger. Ja. Ich bin einfach alleine nach hinten gelaufen zu der Hintertür. Wir sind einfach sechs Leute hinterher gelaufen auf der Mauer. Wow, worth it. Ich lauf gerade mit der PY mit. Das ist so ein bisschen wie Frauentausch. Wie geil. Ich bin über die Mauer gesprungen oder über den Kram und wurde da bis zur Wand gesprungen. Effek, ich glaube du bist tot. Ja, ich war noch nicht mal an der Bresche. Nämlich einmal. Ich war einmal an der Bresche. Ich bin sogar auf die Mauer gesprungen. Dann wurde ich erschossen. Oh, wer hat frei? Was? Ja, angeblich. Sehr gebuckt. Wie in Eis. Hallo Effek. Ah. Effek, willst du diesmal in die Mauer kommen? Gerne. Okay. Und für Walden ist er es auch zurückgekriegt. Das ist eine sehr komische Linie hier. Das ist ne Zeltlinie. Nein! Ich hab zwei Gills gemacht. Mich ist das so gut. Nein! Wartet! Äh... Barlin! Was ist das denn? Er hat ihn getreten. Warum, Barlin? Ja, ein Loch für Tolles Marsch. Sehr gut. Ah, gute alte AR-Rucksäcke. Der Geruch der Heimat. Ja, wirklich, wirklich so wie früher. Alter, jetzt rein, können wir sich da rein drängen. Hau ab! Ja, ich weiß, der wollte sich zuerst zwischen uns drängen. Ich glaube, links wird jetzt gepusht. Ängs. Es sind keine Ameisen, es sind Engel. Es sind Ängs. Oh-ho-ho... Dann fangen wir grad mal mit dem weil ich mir mal weiss immer in Kopf mache. Das hat das jetzt immer funktioniert... er schossen er findet das schossen. zum angriff er Springt nicht erschossen schießt in den Hof nicht schießen oh Gott brennt sie auf tötet Frauen und Kinder ähh ok tötet die Kinder trinken die Kinder zu mir ähh wie man ein böser Plünderer ist hol den Piratloot aus der Kiste Kinder zu mir nehmt alles auf Glänzen und nebenbei krault die Katzen hallo 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 hey Herr Schreferwärtsmarsch lauf meine süßen fliegt fliegt ich kann nicht fliegen was was naja komm holen wir dich halt noch ab oooooh oooh oooh wir verwirren die Gegner natti mit unserem dummen Benehmen genau das war die Technik dahinter hey ne Kanone ist frei geworden na dann Evo worauf wartest du kann sie nur mit der Klasse hier nicht verdienen oder ooooh 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 ja auf geht Kameraden Epic bist du gerade auf dem Weg zur Mauer ooooh Epic bist du gerade auf dem Weg zur Mauer ja ich bin schon über der Mauer gut Epic wird erschossen 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 auf der Mauer auf der Mauer ok das passiert wie durch Achtung Epic wird erschossen in 3 2 Samt oh Spanner schließen uns sein Epic kämpft da oben auf der Mauer die riechen nach Fisch ok oh nein das war Frenchy ich hoffe einfach die vergessen mich den Aufhaber jetzt weg ok oh und gleich kommt noch einer und dann noch einer und dann noch einer ich bin an der Flagge gleich oh cool ja hey Balin man komm doch dazu wir haben die Fische wir haben die Fische oh Spass Gott der wird Balin Hilfe das für Kassier ist der gleichen Tritt ich seh's schon kommen ich erkenne dich sei ein Teil des großen Ganzen einer von uns genau vor allem ihr hinterher wer ist das Ingrid siehste Ingrid ja ich hab Ingrid verstanden nein helft mir aus der Reihe mir läuft irgendjemand es sei er helft mir jetzt kommt eine Kugel und bringt alle um alle holen sich ein was ist das hier für ne bunte Truppe Jäger der Grenzer war vor Arti bitte in der Not bis der Teufel auch fliegen hey hey ich bin in der Linie jegliche Reservetruppen werden angenommen hey hey das klingt wie so ein sehr toller Zeitungsartikel aus dem Lokalanzeiger oder so ich weiß nicht ich weiß nicht kein Wittermann führt unsere Truppen in den Sieg Panda wird erschossen das war bestimmt so ne das war bestimmt so ne Schlagteile aus dem 2. Weltkrieg durchmauer das funktioniert aber nicht durchmauer laufen 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 komm wir gehen einfach von der anderen Seite ins Haus wissenschaftler das ist Mann oh treue Ich weis das Momente mein Tag AAH Gott schützen die Kaiser ich will ja zu du schwarter du hast nix gesehen und dann gehen wir die mauer freiräumen hei Barlin spielen wir Bäumchen wechsel dich wir werden dann zu viert komm in meine arme Barlin ok rücken wir aus oder warten wir noch das nehme ich als wir rücken aus Barlin langweil sich los in der Ausschrift vorwärts Marsch ey ey wer bist du? Rokun Rokun du Landsverräter komm mit der hat wahrscheinlich unseren Haufen auf dem Zelt gesehen und dachte sich da will ich nicht mitlaufen der hat wahrscheinlich unseren Haufen auf dem Zelt gesehen und dachte sich da will ich nicht mitlaufen wer ist das hinter uns ist das Maschke? ja meinst du du zählst noch? nö ok fuck sonst hätte ich jetzt gerade angehalten fuck warum bezeichnet Yannick alle als Anti-Neutronen-Panzer-Granate? ANC Anti-Neutronen-Tank doch ja er schreibt doch so gut englisch äh Neutronen-Tank-Granate im Sinne von dass es eine Neutronen-Granate ist die von einem Kanzler verschossen wird EPIC eine Granate die gegen einen Tankister ist ich kann nur was gegen die Gegner tun gegen Verbündete leider nicht er hat es gegen die Gegner zu geholfen dafür brauche ich nur Magie der höheren Stufe PANDA Stufe 5 oder? nehm ein paar Gegner und dann levelst du auf NEIN ne ne ein Mensch kann nicht überstehen ich dachte ich wollte dich durchlaufen und das hinterher Tor öffne so ist sollen wir auch mal so ne Underwater Scope-Linie machen vielleicht können wir da mit uns den Sieger schleichen NEIN ich hab fast drüben gewesen bitte mach das nicht Shadow, dafür macht mir Angst was da? nein, lass das, lass das, lass das, lass das, lass das, lass das, lass das okay krass du weißt, ich trete nicht ohne Grund das wär von uns in dem Haar drin NEIN das ist nicht Maddie hey Maddie lauf nicht weg da ist ein Gegner, ne? oh schon wieder? Benji hat's gemerkt ja, dies machen wir nicht er hat auch nen Tritt zurückbekommen von seinem Mate er hat auch nen Tritt zurückbekommen von seinem Mate wir könnten's nur mal über links versuchen aber Panda bei der Bundestagswahl, wenigstens langweilig Gott, Katz wenigstens langweilig wir machen jetzt alle einen Precht, den Spruch ja easy Na ja, wir verstanden und sitzen und dann hoffen wir, dass wir uns vergessen, okay? Und dann rennen wir auf einmal auf die Zürich. Nach einem guten Plan. Ja. Da muss man gar nicht mehr springen, da wird man automatisch rübergeleitet. Vorwärts! Und wenn wir jetzt zur Flagge stürmen, dann kommen wir es vielleicht. Schnell, bevor die Russen ihre Kräfte umsortieren können. Vorwärts, vorwärts, vorwärts. Ignoriert die Verteidigungsanlage, ihr könnt einfach durchlaufen. Hür den Kaiser! Hür den Kaiser! Einfach rein! Angriff. Ja, wir haben keinen Kurs. B ist an der Flagge, Lüge! Ah, er ist an der Flagge. Studios ist tot, wir sind verloren. Ich hab hinten das Tor aufgemacht. Das hast du sehr gut gemacht, Balin. Shit, jetzt hab ich nen Ohrwurm. Ich zieh mich mal zurück, ne? Da kommt grad ziemlich viel vom Feind irgendwie auf die Seite hier. Weißt du, was ich gleich wieder hochbringe? Dein Kindheitsvergewaltigungstrauma. Oh, damals gab's noch gar keine Fotos von mir. Das Seitentor ist immer noch offen. Schreibt mal einer im MB. Schreibt mal einer im MB, dass Seitentor immer noch offen ist, auf der rechten Seite. Ich sitz da grad und pass auf. Da ist grad keine Sau. Da ist keine Sau. Ja, aber in der rechten Breche auch nicht. Da sind wir grad einfach reinmarschiert. Rechts. Jetzt haben wir ein Open Main Gate, please. Ich geh rum. Geht zur Flagge, Panda. Okay. Nein. Danke, ist ja lieb. Gut. Und genau, nein. Na ja, wir haben 18 Leute gefühlt an der Flagge oder so. Nur weil ich das Reintor geöffnet hab. Ja. Hast du gut gemacht, Pahlin. Wow. Wow. Wow.